Danke für die Nominierung zur Cold Water Challenge 2014. Wir von der Ortsfeuerwehr Götzis sind leider in den Vorbereitungen für das Fest, das am 29.30. und 31. August stattfindet und hoffen, dass wir euch sehen. Deshalb macht das heute die Feuerwehrjugend Götzis. Let's go! Let's go! So, das war die Cold Water Challenge für der Führer Götzis mit der Jugend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir würden nominieren die Ortsfeuerwehr Howard, die Ortsfeuerwehr Wollfurt und die Ortsfeuerwehr Lustenau.